Einmal die Fotogeschichte. Wie ist das so mit den Fotografen auf der Wiese? Na, wir machen jetzt deine Kollegin jetzt nicht schlecht. Also es ist ja ganz einfach. Die machen 8 Millionen Bilder und in der Zeitung ist immer das Schlechteste. Und ich glaube nicht, dass es nicht ein einziges besseres Foto gegeben hätte, aber wird nicht genommen. Und wenn man mal ein Foto möchte von so einem netten Fotografen, dann sagt er noch, ja, wie soll ich mich denn jetzt durch die 8 Millionen Fotos durcharbeiten und geht das Fotosuchen dazu, Max? Ja, mach halt nicht so viele Fotos. Bitte, Martin, der macht eins und das ist ja Treffer. Also ich mache mit meinem iPhone manchmal ein Bild und das ist super. Sieht schon immer besser aus. Ich glaube, ich sollte Fotografin werden. Das wäre doch noch eine Drittkarriere. Wieso, was ist denn meine zweite? Gastronomie, oder? Und dann bist du ja jetzt Mama, oder? Hallo, aus dem Spielervorfer, die erste, da kommst du nicht mehr weg von. Du vom Mama? Also als allererstes bin ich mal Apothekenlern. Das habe ich jetzt gelesen. PK, am Zeitpunkt, ich kauf, bin ich angestellt. Ich habe auch mal was gelernt. Du bist eine Optikerin. Ja, genau. Du bist eine Optikerin, du Apothekenlern. Du, dann können wir ja einen Laden aufmachen. So wie in Amerika, so ein Drugstore. Wenn jetzt bald alles hier frei wird, dann können wir alles verkaufen. Genau, und zwischendurch verkaufen wir noch deine Medikamente. Eben, und man macht Yoga. Die macht die Ungarn. Im Hintergrund. Ich mache euch eine nette Uniform. Du machst das Outfit. Ja, genau. Und die macht das Outfit. Weil diese hässlichen Apothekenkittel ziehen immer. Aber Jogaline fände ich toll. Nicht so viel Schöne. Ja, jetzt haben wir schon Geschäftsidee kreiert hier heute. Ja, vor allen Dingen praktisch. Und dann gehen wir ab ans Charity. Ganz frohe Herzen. Ja. Also wir haben eine neue Geschäftsidee. Wir müssen nur noch warten, bis es die Freigabe in Deutschland gibt, dass sich Medikamente auch überall verkaufen können. Gib die E-Mail-Adresse an, wo die Sponsoren hin müssen. Danke, Dara. Danke, Dara. Danke, Dara.